Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 14. November 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1366 und ich habe die folgenden Themen für euch. Google Podcasts, Wartezeit, iPad Roadmap, Qualcomm, MacBook Pro M3, Sideloading, iOS 18 und Gmail. Ich starte gleich mit dem ersten Thema und das wäre das mit dem Google Podcast. Ich habe es euch ja gestern versprochen, dass ich eventuell da ein Video dazu mache. Es hat schneller geklappt als gedacht. Es ist draussen. Link wie immer in den Shownotes auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens. Google will mit dem Google Web oder Google Core Web Vitals den Nutzenden da draussen 10.000 Jahre Wartezeit gespart haben. Was hat es damit auf sich? Google zwängelt ja immer wieder mal Menschen da draussen, die Webseiten haben, ihre Webseiten schneller zu machen und so zu optimieren, dass sie bei Google auch gut funktionieren. Das hat immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich beobachte das schon seit vielen Jahren und bin nicht wirklich happy damit, aber ein gewisses Ding macht man mit, allein schon eben, dass die Webseite schneller ist. Und ja, es ist so. Webseiten sind schneller geworden in den letzten Jahren, in den drei Jahren, wo das Projekt jetzt richtig angelaufen ist. Und es wurden eben 10.000 Jahre an Ladezeit gespart. Ist es so viel? Nein, eigentlich gar nicht. Wenn man bedenkt, dass die 10.000 Jahre geteilt durch die Menschen da draussen, also rund 2 Milliarden Nutzenden geteilt werden müssen, dann kommen wir aufs Jahr runtergerechnet pro Nutzenden da draussen nur noch auf 50 Sekunden. Aber auch schon die 50 Sekunden weniger lang warten, haben es in sich und mögen wir doch, wenn wir ehrlich sind. Kuo, der liebe, nicht Fahrsager, wie heissen die Menschen schon wieder, Analyst da draussen, genau. Der hat wieder mal ein bisschen seine Quellen angefragt und hat jetzt rausgegeben, wie es im nächsten Jahr ausschauen wird. Es wird wieder iPad Air geben, es wird wieder iPad Pro geben. Er hat nichts zum Mini gesagt und auch nichts zum normalen iPad der 11. Generation. Sie könnten dennoch rauskommen, wie auch immer, das Pro, was im Sommer kommen will, soll anscheinend den M3-Chip mit drin haben. Es soll OLED-Panels statt Mini-LEDs drin haben und so weiter und so fort. Beim Air ist es so, dass auch mehr Power mit reinkommt und auch die Rückseite ein bisschen besser verarbeitet oder noch besser oder noch anders oder wie auch immer verarbeitet wird. Wir werden sehen, was es dann schlussendlich wird. Qualcomm hat ja zum Anfang des Jahres an der CES, und das bestätigt wieder mal, Dinge, die an der CES angekündigt werden, kommen viel zu spät oder gar nie. Was angekündigt, nämlich die Alternative zu Apples Satelliten-SOS-System. Ja, das kommt jetzt nicht, weil man nicht auf alte und veraltete Technologie setzen wollte. Dennoch werden die beiden Partner, das ist Qualcomm und Iridium, weiter an dem Bereich arbeiten. Unter anderem hat aber Qualcomm auch schon mit Tails und Ericsson an einer satellitengestützten 5G-Netzwerk gearbeitet. Also irgendetwas kommt da mit offenen Standards. Das wäre ja zumindest zu begrüssen. Und dann gibt es, wie immer, wenn ein neues Apple-Device draussen ist, wieder mal ein Video von iFixit. Dieses Mal gibt es zum MacBook Pro M3. Die haben das Gerät zerlegt. Ich werde mir das Video noch anschauen. Ich habe es vorher nicht geschafft, aber es soll erstaunlich sein, weil da ist man darauf eingegangen, wie Apple das mit diesem neuen Farbton hinbekommen hat. Dieses Space-Schwarz-Schwarz-Finish soll auf mikroskopischer Ebene passiert sein. Man hat da die Oberfläche aufgeraut und bekommt damit mehr Licht, was reflektiert wird. Und somit erscheint das Ganze schlussendlich an unserem Auge dunkler. Ich freue mich schon auf das Video nachher, das ich mir reinziehen werde. Und dann gibt es Neuigkeiten in der Beta zu iOS 17.2. Da sollen anscheinend Hinweise auf Sideloading online gegangen sein oder gefunden worden. So muss ich sagen. 9to5 Mac unter anderem auch Bloomberg bestätigen oder haben das Wissen oder glauben zu wissen, dass ab dem nächsten Frühling die Möglichkeit von Sideloading kommen wird unter iOS, aber nur in Geräten in der EU. Ich hoffe mal, die Schweiz gehört nicht dazu, obwohl wir ja viele der Dinge übernehmen. Und somit könnte es dann uns auch treffen. Ich bin gespannt, vor allem was das mit einem iPhone machen wird. Weiter geht es mit iOS 18. Und da gehe ich mal unbeliebterweise wieder in die Gerüchteküche. Das soll ein bahnbrechendes Update werden. Wie und was und sowieso weiss man nicht, aber der Text ist auch irgendwie von Jahr zu Jahr immer wieder mal recycelt worden, dünkt es mich zumindest. Wir werden sehen, was da schlussendlich kommt. Dann habe ich noch eine kleine Mitteilung an all diejenigen, die da draussen ein Google-Konto besitzen und es sich nicht oft nutzen. Denn Google, das habe ich irgendwann schon mal hier erwähnt oder in der News-Episode, wird ja inaktive Konten löschen, die länger als zwei Jahre nicht genutzt worden sind. Was heisst nicht genutzt worden sind, um es als aktiv markiert zu sehen, müsst ihr mindestens mal eine E-Mail gesendet haben oder eines gelesen haben. Ihr müsst Google Drive verwendet haben. Ihr müsst ein YouTube-Video damit angeschaut haben. Ihr müsst eine App runtergeladen haben aus dem Play Store. Ihr müsst die Google-Suche verwendet haben und oder ihr müsst euch ein Konto angemeldet haben. Das sind die Punkte, die es braucht, damit ein Konto als aktiv gemerkt ist. Oder ein laufendes Abo darüber haben oder YouTube-Videos abgeloadet haben. Also, somit. Ihr habt viele Anknüpfpunkte. Solltet ihr dann noch ein Konto haben, das ihr nicht gerade gelöscht wissen wollt, dann kurz einloggen, vielleicht mal eine Mail lesen oder eine verschicken. Und schon seid ihr wieder für zwei Jahre auf der sicheren Seite. Google will behutsam vorgehen und nicht alles aufs Mal löschen. Ich bin ja gespannt, was es da für Geschichten geben wird, für dramatische oder auch vielleicht nicht. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können. Dir wünsche ich auf jeden Fall einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn du magst, bis bald schon wieder. In diesem Sinne, dein Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.